So sieht es am 7. Januar an der Wäse aus, wo Neo das erste Mal im Wasser war hier. Hier ist krass. Da wo wir saßen, an dem Baum da hinten, da ist es überfluchtig, wo die Steine waren. So. Die Enden müssen sich in der Trümung. Hier sind wir auf der Seite. Sonst kann man bis vorne ein bisschen laufen. So.